Hallo, hallo, liebe Freunde! Zurück zu Trine mit der Ricarda. Juhu! Ja, das Abenteuer hier geht weiter! Wir werden uns jetzt mal an dieser Wirbelsäule entlang kämpfen. Voranschreiten hier. Ich weiß nicht, ob wir da unten sterben. Nein, da unten sterben wir nicht. Okay, das erste Skelett. Warte mal. Die pupsen ja. Was für Säue. Was für Schweine. Machen. Ui, da unten. Ein Geschenk. Ich wollte aber auch mal ein Geschenk haben. Ja, ich komme ja nicht ran. Aber ich? Hahaha. Das war ein Wintergeheimnis. Jetzt habe ich das Wintergeheimnis gefunden. Das hast du ja ganz am Anfang gefunden. Okay, dann komme ich jetzt auch mal rüber. Aber was ist dieses Wintergeheimnis? Das weiß ich nicht. Vielleicht kommst du ja noch dahinter. Hahaha. Jaja. Um solche Sachen kümmert sich der Mann. Hahaha. Ich komme hier irgendwie nicht hoch. Das ist ein wenig zu hoch für den Dicken hier. Du musst das mal... Das schafft der nicht. Warte. Ähm. Warte, warte, warte. So. Warte, ich muss ein bisschen... Mir geht nicht. Doch, aber ich musste ein bisschen... Sonst wäre ich ja runtergerutscht. Ach so. So, alles klar. Gut. Vielen Dank. Ach, hier oben. Boah. Boah. Boah, ja. Der kreise erstmal alles schön ein. Ich hoffe, die werden sich auch verteilen. Oh, hier oben. Haufenweise Erfahrungen. Ja klar. 29, 31. Na, da hast du aber Glück gehabt. Hahaha. Okay. Es geht weiter nach unten, oder? Ne. Nach unten ist scheiße. Toll, wie komme ich denn jetzt hier an diese Dinger da vorbei? Warte, kein Problem. Kein Problem. Ach so, ne. Warte, ich muss auf jeden Fall springen. Warte, das kannst du hier vielleicht rumwickeln. So. Hahaha. Taktisch. So, das andere auch. Das muss ich dir bloß hochheben. Ne, warte, schiebst du mir nach der anderen Seite. Was auf? Da drüben ist ein Skelett. Ja, okay, okay. Uh, ne. Alter Schwede, das hat der nicht geschafft, ne. Da muss ne Bridge hoch. Ach so. Ja, ja. Ich, ich. Ja, jawoll. Bäm. Okay, warte, warte. Da oben hab ich noch einen vergessen. Bin ich mal runtergeplumst. Hup! Hm. Hup! Aua! What? Hup! 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 Ja. Ist mir auch passiert. Oh, hier geht's weiter. Oh, die drehen sich gleich. Hier, pass auf. Pass auf. Pass auf. Na toll. Scheiße! Scheiße! Ja, das ist... Ich bin oben. Ja, sehr schön. Ah, scheiße! Nein! Hilf! Oh, das ist aber weh. Ey, warte mal. Oh, der ist halb tot, ey. Warte mal, wie lange Bridge kann man denn machen? Warte mal, geht das? Nö, so lang geht's nicht. Ähm, warte mal. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh! Äh! Äh! Nein! Ja, manchmal ist es wirklich schwierig hier. Ja. Ja. Ich hab... So, jetzt müsste es gehen. Ja. In Part 2 oder so gesehen, dass wir uns da absolut dämlich anstellen. Ja, na, hier mit Sicherheit dann auch wieder. Ja, passt... Ja, passt. ...des Drachenfriedhofs überlebend, Schritten unsere Helden weiter. Der Zauberer vertiefte sich immer mehr in die Inschriften über die Hüter. Es waren einmal drei Artefakte. Eins für Seele und Gerechtigkeit, eins für Verstand und Macht und ein anderes für Körper und Materie. Diese unvergänglichen Gegenstände wurden benutzt, um das Gute und Böse in der Welt im Gleichgewicht zu halten. Als alles in Harmonie miteinander war, wurden die Artefakte an die drei Hüter übergeben, die sie jahrhundertelang sicher aufbewahrten. Die Hüter verzauberten die Artefakte mit mächtigen, beschützenden Zaubern, die nur denen mit reinen Absichten erlaubten, näherzukommen. Am Ende starben die Hüter und nur die Zauber blieben erhalten. Der Zauberer konnte immer noch keine Antwort finden, warum sie im Trine gefangen gehalten wurden und warum sie nicht durch die beschützenden Zauber verletzt wurden. Wer weiß, warum, wieso, weshalb. Oh, hier sieht es wieder schön aus, ne? Ja. Eine schöne bunte Höhle. Ach so. Wie magisch. Ja. Wie magisch. Magisch. Okay. Ups. Zauber. Ups. Eh. Ich will die gar nicht spielen. Haha. Über den dicken. So. Das ist viel cooler. Zack. Ja, her damit. Immer her damit. Äh, ne. Jetzt muss ich ihn doch nehmen, weil ich muss ja irgendwie hier rüber kommen, aber ich glaube, das reicht gar nicht. Oder? Wow. Und ich spring auch noch drin, ey. Blöde. Das war jetzt dieses Bellen von Outlast, oder? Haha. Oh, ich will die Kieze hier hin. So. Warum nicht gleich. So. Okay, ich bin drüben. Ich bin drüben. Ich bin drüben. So. Oh, Schatz. So. Ähm. Können wir da jetzt einfach ruf? Haha. Ja. Manchmal da ruf der nicht, ne? Hier gibt's ja Fallen, wie du siehst. Oh, oh. Ich hör irgendwas. Gehen nur rennen. Ah. Oh Gott. Hm. Bis auf, das Schild hält's noch um. Gut. Na jetzt. Haha. Jetzt ist zu spät. Ja, ich wusste nicht, dass ich überhaupt sowas besitze. Wow. Huh. Okay. Ja, come. Ich beschütz dich. So, so, so. Kann ich jetzt durchschießen? Oh. Oh. Irgendwas Skeletter hängt. Haha. Yay. Das ist eh da. Ah, guck mal. Haha. Haha. Ist nicht anstrengend. Oh, oh. Mach's fertig. Ja. Zack, zack, zack. Rinde in der Gusch. Okay. Schaff ich das nicht? Das schaff ich never. Okay. Wie? Was? Wie? Okay, ich glaube ich brauche ja Hilfe vom Zauberer. Ja? Ja? Wenn mir irgendwas so eine Kiste in die Luft hält, dass ich rüberspringen kann. Okay, warte, Moment. Hä, was denn das? Kannst du das in die Mitte, ja, kannst du das in die Mitte halten? Ja, warte. Mit drüben. Was ist das eigentlich? Mit der Faust. Mit der Faust. Mit der Faust. Kann man damit... Ich glaube da müssen wir... ...durchschauen. Hä? Ach so, ja. Wie? 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 Und der Trank ist weggeflogen. Na gut, der liegt doch. Gut! Wie? Wie? gläntern skelett hinterher vermalen die kiste geschützt so cool es läuft und wasserfall sehr schön wie kroatien nur schöner und bunter ok sie kann schwimmen im wasser auch noch etwas ja man kann sogar taugen ja ja da gibt es eine höhle 2 3 3 3 ok nimm mit was geht noch mehr trinke rügel mich ja schon mal noch schon mal alle platz hier level aufstieg schon wieder ich komme ich wohlmöglich nicht mit dem dicken wo dann müsste ich in die kiste bauen nein kiste du bleibst hier oben ach schütte oder mal erst mal hoch mit uns hier eine schöne große kiste auf dem drucken dumm skelett bleibt die nicht so wie sie doch jetzt ich hab's mal geholt ja du schön ich will auch mal was holen hast du doch vor uns den eintrag da ja level aufstieg ich will mal eben nur zwei punkte halten ok ja wir müssen nur einsammeln aber das schild kann man zum beispiel das schild kannst du kann man schon machen zu den krieger ja dann machen wir das so jetzt ist er stärker billy boy wir hätten sogar es machen können es zu spät jetzt ist zu spät ja keine gute idee da oben könnte eventuell was sein ja jetzt hast du das aber so doof gemacht dass du eventuell da nicht warum ist das denn jetzt da ich schieb es mir so ein bisschen damit wir hier rüber kommen dann kommst du nicht rüber nur doch mit dem zauberer au 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 fuck ich hab's was ja au 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 ich hab's gar nicht gecheckt dass ich runtergefallen bin ähm wir können ja die person jetzt tauschen und dann komm ich hier muss doch nicht ich hab's oder so man ähh ah oh god was auf der kam – kam rüber das scheelett ja ich habe's gesehen uuh cool ey jetzt geht der echt weint nach unten wie lange kann der die luft anhalten da hast du oben eine anzeige bei der medien ok hier ist ein fläschchen hier ist ein fläschchen hier oben gehts nicht weiter Keine Ahnung Gut, okay Ist das ein Geheimding, oder was? Hier ist ein Schatz Du kannst ihn nicht öffnen, wa? Ja, ich bin oben Hier ist auch eine Schatztruhe, schuldig mal Ach, du bist dort, ja Amulett der Opferung Ja, aber hier geht's nicht weiter Ein Amulett Ein Geheimnis, Amulett der Opferung gefunden Was macht das Amulett der Opferung denn? Okay, ich geh mal hier lang Das Amulett der Opferung Nützt die Gesundheit als Ersatz Für das Mana Falls das Mana verbraucht ist Gesundheit wird 1 zu 1 in Mana umgesetzt Also das heißt Oh Gott, das ist ja irgendwie schon doof Ja, die Britsche Das heißt, wenn dein Mana alle ist Wenn dein Mana alle ist Dann, 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 dann Aber unser Mana War noch nicht alle, oder? Also jetzt war noch nichts Jetzt haben wir ja zum Beispiel Wir müssen hier lang Hast du hier unten schon guckt? Jaja, da ist schon alles weg Da waren bloß Tränke Achso Blaue Also wenn dein Mana dann alle ist Das wollte ich jetzt sagen Dann, ähm Nützt du Energie als Mana Das ist ja irgendwo Müssen wir mal drauf achten So, wir kommen jetzt hier irgendwie Aua Wir müssen ja jetzt hier irgendwie Und hast du auch eine Errungenschaft freigeschaltet Was ist denn da für eine Errungenschaft? Na, ich habe eine freigeschaltet Als ich hier durch bin Pass auf, das tut weh So, äh Wie fahren wir denn jetzt hier fort? Wie kommen wir denn jetzt da hoch? Da ist nämlich noch ein Trank Mit ihr dann höchstens Mal versuchen Da hoch, da, da, ne? Äh, in der Haken geht nicht Zum Beispiel Nee, hier, hoch Ja, ne, in der Haken geht aber nicht Und dann geht nicht Und dann geht nicht Hä, okay Okay, wie kommt man jetzt da hoch? Ja, wie? Warte mal Ja, probier mal mit dem Eine Britsche bauen oder sowas hier Hochwärts Hoch Hoch Ja Scheiße, was ist das denn? Hä? Was? Wow Warte, warte mal Kann es auch nicht nehmen, ne? Jetzt hier Doch, doch, kannst du nehmen Nee, ich kann gar nicht nehmen Die hängt fest Aua Hörter, Vorsicht Okay, was wir sehen Wir sehen zum Beispiel die Kisten Die in der, in dem Wasser stehen Oh Gott, sind wir dumm, ey So, naja, dann her damit, ne? Ich würde mal sagen Wir bauen uns mal so einen kleinen Ton Wie viel gibt's denn hier? Zwei Und dann kannst du auch noch eine Kiste bauen Boah Hier, voll Hier, guck mal Da kommst du doch locker hoch Meinst du? Ach, Quatsch Aber jetzt? Ja, aber jetzt So, ich muss mal rüberkommen Du musst einmal hier rüber, ne? Ja, geh mal rüber Also manchmal, da frage ich mich, wa? Ich komme so jetzt gut gelöst, ne? Ja, auf jeden Fall So, mit einem totalen Chaos Aber ist egal Aber wir haben immer so Genau Das zählt Und nichts anderes Äh Türmchen bauen Jetzt gibt's hier noch Etwas weiter nach unten Ja, geh hier unten lang Wir müssen oben lang Okay, gut Lübi Ach du Scheiße Ja, was? Äh Wollte ich mehr wie ich Warte mal Du siehst doch rechts Wie es da lang geht, oder? Kann man da irgendwie Nicht was dazwischen Ach so Ja, Britschen Ach ja Genau Die Kisten fallen leider durch Bau mal ne Brücke Ach so, ich bin ja jetzt hier gerade Zauber Tiberia Ähm, Moment Ja Eine da Oh, das war Richtig Also auf der eine Könnte nach unten klappen Ja Wo waren der Ja Nein Ich hab ja gesagt Ich kann ja noch in den Klammern Ja Okay, jetzt haben wir hier ein Problem Mit den Stacheln da oben Ja, wir dürfen nicht hüpfen Also hüpfen ist nicht Auch wegen diesen Kristallen Die tun uns weh Nein Das war nicht Das, nein Au, au, au Ich bin tot Scheiße Du bräuchst es aber, was die Balken hochspringen Geht das? Hä? Genau Ja Na trotzdem Hä? Was ist das denn hier? Steine Na, irgendein Steinbrocken Ich weiß jetzt nur gerade nicht Hm? Da drüben ist noch ne Kiste Ja, ja toll Ja, du kannst ja auch Gehen Zauberernix nehmen Ne, ich kann gar nichts Ich komm hier auch nicht rüber Dann bräuchst du höchstens So ein blauen Dings Dass du wieder die Spieler holst Und dann können wir da wieder zurückgehen Oder War da drüben? Ne, da drüben war nix, oder? Ne Kannste vergessen Scheiße Und nun? Kiste Ich kann Ich kann die auch nicht schieben Die bräuchte ich ja Bräuchte ich die Kiste Ja, die steht aber so ungünstig Ja Scheiße Dass ich die nicht schieben kann Jetzt Doch Drehe nicht an Ah Warte Scheiße Nein, du brauchen wieder zurückgehen Und da hinten ist dann Ist nett wieder Ich weiß nicht, aber wann wir durch das blauen Dingsland glauben Ich komm nicht zurück Wie soll ich das dann schaffen? Na oben über die Balken Achso, du kannst ja nicht springen Ne, da ist nix mit springen Ich fall dann runter Und dann bin ich auch tot Achso, von der Kiste kennst du auch ins Wasser schieben Die schwimmt ja, die Kiste Meinst du? Ja Bist du dir sicher? Die sind auf uns auch geschwommen Oder soll ich hier rüberspringen? Da oben sind Stacheln Das schaffst du nicht An sowas Btf Wer der? Hallo Stacheln habe ich nicht gesehen Nein Kiste Du musst aber dann gleich weiterspringen Scheiße Okay, so viel dazu. So, Burschi, jetzt aber schön mit der Ruhe. Einmal hopp. Ja, die ist doof hier, ne? So, warte mal. Oh nein, nur die Kiste kannst du wieder nicht öffnen, oder? Ich kann... Das war bei dir ja Escape, ne? Wie öffne ich die denn? Hä? Wie öffne ich die denn? Wobei, steht ja nicht in der Testenbelegung da. Ne, da steht bloß öffnen. Ja, was steht da vor? Links davor? Na, da ist ein roter Punkt. Ein roter Punkt? Ja. Und was soll dieser mir sagen? Scheiße. Der rote Punkt ist eigentlich Pet, ne? Aber den roten Punkt habe ich nämlich auch. Hm, ich habe das Pet aber nicht an... Aber nein, 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 bitte, 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 drück nicht in Pet, sonst bist du doppelt drin. Ja, sie ist da. Du musst jetzt auch mal eine Taste rausziehen. Äh, raus, entweder STRG oder irgendwie sowas. Probier doch mal einfach mal aus. Komm, bei Outlast hast du auch die Kamera angekriegt. Los. STRG, es geht nichts. Komm dann ins Menü. F, E, F, E. Keine Ahnung. Bewegt er sich? Ach Gott. Ich habe alles Mögliche. Huh? Jetzt schreibe ich. Bitte. Vielleicht kommst du auch gleich zu dem blauen Punkt, wo ich dann wieder mit, wo dann andere Figuren wieder mit dabei sein können. Hm. Dann kann man ja noch mal zurücklaufen, schnell. Ist doof, ne? Hm. Das ist wirklich doof. Warte mal, die hier nehme ich unten kurz noch mit. Wie der schwimmt. Da, ne, guck mal. So, dann hol mal schnell. Du, ich mache hier weiter. Du, du, du. Schwupp. Der ist schon doof. Ich muss ja trotzdem wissen, wie ich Dingens öffne. Kisten. Das zeigt bei mir aber ein roter Punkt an. Keine Ahnung. Da müsste man da in der Aufnahmepause mal kurz in die Tastenbelegung gucken. Hm. Auf jeden Fall. Verzauberter Mana-Kristall. Mana-Kristall. Okay, was ist denn das? Was ist denn das? Erhöht die Wirkung jeder gesammelten Mana-Fiule. Dann haue ich mal hier. Das räume als den Zauberer rüber. Na, traust du dich? Oh. Ich komme, ich komme. Abgewehrt. Wer hat Pech gehabt. Und wieder daneben. Oh. Da guckt er nicht schlecht. Hä? Der hat mich trotzdem noch... Ach, da unten ist ja auch noch einer. Meine Güte. Zack. Nein. Ja, ich wollte es gerade sagen. Da ist ja noch eine Flasche. Nein, es sind viele Flaschen. Ähm. Zack. Da ist die Flasche. Ups, aber. Komm, wir gehen doch mal nach hoch. Was ist denn eine Kiste? Hier unten Feuer brennen im Wasser. Was ist denn das von Quark? Hier noch einer? Ui. Okay. Ich muss eine Faust. Warum? Ich weiß nicht. Äh, nee. Scheiße. Ich habe eine Faust. Was könnte man denn da kaputt machen? Hm. Kaputt schlagen. Ich schütze auch gerade nicht. Hä? Ähm. Dumme ist, die kriegst du auch hier nicht weg. Doch. Pack sie dir mal hier drüben hin. Vielleicht brauchen wir die ja noch. Oh. Hä? Okay. Was ist denn? Also manchmal ist es echt chaotisch, oder? Ja, ja. Aber dazu, ne? Aua. Der Typ, der müsste es immer... Ja. Sehr schön. So. Was haben wir denn noch? Was ein Glück. Warte mal. Hä? Oh. Na, das müsstest du... Musst du irgendwo hin? Könntest du... Nö. Ach so, die könnte ich nach unten machen. Hä? Warte mal. Aber ich glaube, hier oben könnte man eine Britsche von dir gebrauchen. Aber was ist denn das? Die Faust, die irritiert. Ah! Dann gibt es auch auffällig viele Kisten. Oh. Warte. Nein. Scheiße. Ah, Mist. Ähm. Ich würde ja gern... Du kannst doch hier drüben hoch. Wo? Hier? So. Nee, ich... Ich will lieber hier gucken. Wie ich hier hochkommen. Geht die nie alleine hoch jetzt? So. Wuh! Hä? Mein Gott, ey. Dieses Rumgehöbel immer. Och. Wieder auch noch gefallen. Ja. Okay. Jetzt hängen wir erst mal hier oben drauf. Mein Gott. Lass mich die Zeit. Scheiße. Oh, ey. Das nervt langsam. Ich bin wieder runtergefallen. Geht es hier nicht drüben weiter? Müssen wir hier nicht drüben warten? Sogar weiter? Müssen wir hier drüben weiter. Aber da müssen wir erst mal hoch. Und dann brauchen wir auch eine Bridge. Scheiße, ich komme hier nicht mehr. Kannst du eben durchtauchen. Okay. Sag ich mir wieder... Nein, da oben sind deine Scheißkisten. Scheiße. Och, Mann. Scheiße. Ah, was? Alter, was ist jetzt los hier? Hä? Ach, Mann. Ich komme hier nicht hoch. Verfluchte. Hier drüben kommst du hoch. Warte. Hier, guck mal. Da unten. Ich sag, bitte. Da kommen wir jetzt. So, ich kann es nur... Ah, scheiße. Die Britsche rüber geben. Warte. Kannst du mal die Britsche so weit drehen, dass ich drauf kann? Was machst du jetzt? Bringt es hier rüber? Ja, aber oben geht es auch noch weiter. Kannst du noch mal die Britsche rüber geben? Bitte, bitte. Du musst dir noch mal einen Kreis drehen, bitte. Hä? Die Britsche rüber geben. Also die, die du drehen kannst, meine ich jetzt. Also die hier. Genau, genau. Warte mal. Ja, genau. Da stelle ich mich mal drauf. Wenn du... Ach, du Scheiße. Da stelle ich mich jetzt nicht drauf. Warte, 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 warte. So, jetzt. Dreh mich mal rüber. Da oben sehe ich nichts mehr. Ach so. Was da? Ich sehe da... Da ist Bildschirm. Ende. Warte mal. Jetzt geh ich mal hier hin und dann kannst du... Weil da hinten geht es nämlich auf jeden Fall noch weiter. Dann muss der Zauberer und mich mal hin. Oder warte, gib mir meinen Zauberer. Dann kann ich dich hochholen und du kannst rüberspringen. So? Nein! Ach, das ist ein Dösel, ey. Naja, ich bin auf jeden Fall unten. Gucke, du brauchst du? Ja, wir brauchen... Ich brauche mal einen Zauberer und ich brauche dich. Nein, du nimm den. Ich nimm den dicken hier jetzt. So. Komm her. So, ich stelle dich mal bitte hier drauf. Aber warte mal. Noch nicht, noch nicht. Warte mal erstmal auskängeln lassen. Warte, warte. Warte, warte. Ach, du Scheiße. Ja, das ist nicht so leicht, ne? So, darf ich? Ja, irgendwie schon. Da rutsch ich doch runter. Warte. Okay, okay. Nein! Nein, ich kann's... Wie kann man denn das machen? Am Balken dann. Das ist ein Ding. Ich muss ja irgendwie dich da hochkriegen. Ja, am anderen Ende, da kannst du das schieben. Wie? Ach so. Ja, das Ding hat ja auch noch ein Ende. Ach so. Oh, na, das ergibt Sinn. Hallo? Ja, so. Warte, oh! Ähm. Bin ein bisschen... So, alles klar. Ich bin drauf. Jetzt darfste. Okay. Schön langsam. Ähm, ich gehe jetzt nicht mehr runter. Warum nicht? Ah! Los, noch ein bisserl. Streng dich an. Nein. Nein. In die andere Richtung. Einmal nach oben. Ähm... Äh, da müssen wir ganz kurz... Äh... 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 Das gibt's doch gar nicht. Und nun? Guck, ich komme immer bis zu einem bestimmten Winkel. Ja, ich müsste auf, äh... 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 Warte, Vorsicht. Ah, Mist. So. Nein! Oh, scheiße! Ich dachte, ich könne auf den Balken hoch, aber es geht ja gar nicht. Huch! Aber an was liegt denn das, dass ich das hier nicht machen kann? Geht das ohne, äh... Äh... Nee, ich komme... Dass mein Körper da drauf ist? Ich habe hier einen bestimmten Winkel mit dem Pad, mit den Sticks und da komme ich nicht weg. Hier. Hä? Jetzt geht's. Okay, dann habe ich jetzt eine Stellung gefunden, wo es geht. Okay, warte. Nochmal. Oh, ich muss das aber auch etwas... Oh, ein neues. So. Ähm. Bereit? Ähm. Warte mal, und wenn ich hier... Wo ist denn die Faust? Die ist hier auf der Seite. Warum? Na, vielleicht kann ich die auch einfach so im Raum stellen und dann funktioniert das schon. Oh. Ähm. Warte, dann kann man das nicht einfach hier so machen. Definitiv nicht. Hm, und was ist da oben jetzt? Ich weiß nicht, ob da oben überhaupt was ist, aber es geht da oben so auf jeden Fall im Weg. Ich denke mir mal... Warte mal, gib mir mal den... Den Zauberer, bitte. So, du bleibst jetzt mal da oben. Die kommt jetzt mal beiseite hier. So, und jetzt, äh... Du bleibst ja da hoch, ne? Ja. So, da tauschen wir einfach mal. Mal gucken, ob das geht. Ja. Das ist ein Geschenk, siehste. Wintergeheimnis gefunden. Oh, cool. Und Erfahrung. Ja, schön. Wintergeheim, aber was ist denn mit dem scheiß Wintersecret? Jetzt habe ich eine Errungenschaft bekommen. Hast du die auch bekommen? Ja, ich auch. Tuff, 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 die Eisenbahnen. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, okay. Was schmerzhaft. Hm, so ein bisschen. Geht's ja auch noch weiter oder sterben wird er? Ich schätze mal sterben. So. Juhu. Wieder. So. Ja, würde ich sagen. So, genau. Boah, 30 Minuten. Zeit für ein Päuschen. Boah. Ja, meine Lieben, wie es denn weitergeht, erfahrt ihr natürlich wieder in der nächsten Runde. Wir sagen Tschüssi. Jo, tschüss. Bis dann. Tschüss. 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 Boah. Ja. Vielen Dank.